Hey, ich habe mein Bestes gegeben, dass das Video safe ist. Für Streamer, bitte packt eure Cam hier unten rechts hin. Für Basti, bitte mach einfach so wie... Äh, unten rechts, kann ich das irgendwie bewegen, ohne dass ich wieder hier alles verziehe? Ja, ne? Ah ja, guck mal. Perfekt. Äh! Ganz weg. Ne, Spaß. So, unten rechts, jawohl, Abfahrt. Wie immer. Und Kevin, du hast einen kleinen. Wenn ihr mir Clips schicken wollt, macht es jemanden im Discord, Link ist in der Beschreibung oder über mein Twitter. Weil Clips von mir schicken, vielleicht werde ich famous. Ne, Spaß. Bin ja auch nicht witzig im Gegensatz zu anderen. Haben Hunde Ohren? Es hörst nicht, Rind? Wenn ich irgendwann mal sterbe seit dem Stream. Du hast ja gebannt, mach's besser nicht. Oh, oh, oh. Ich bin Sidney, ja? Tod. Ui, jo. Wie kann denn das einfach passieren, ey? Ist das ein Waschbär? Waschbär? Meine Mutter habe ich gerade bezahlt. Ich glaube, Nico wird sie auch invitaten. Ah, das kenn ich. Inviten? Ja, perfekt. Ich muss alles von vorne machen. Oh no, ich kann die Kamera nicht mal drehen. Unterricht zu Ende? Es geht kantschig. No! Du musst doch schnell Glue abmalen. Das muss irgendwie was sein wie... Ist richtig, aber... Naja, das kenn ich. Das kann ich auch machen. Sie schwängert von Mark Forster? Die hat ein Kind von... Oh Gott, wer lässt sich denn von Mark Forster schwängern? Sympathisch. WB? Das find ich halt immer voll krass, ne, muss ich sagen. Wenn, äh... Hier. Also der streamt ja glaub ich nur Minecraft. Warum man immer Maus und Tastatur sieht. Also bei nem Ego-Shooter oder so versteh ich das ja. Aber bei Minecraft jetzt? Warum man da immer Maus und Tastatur, äh... Weiß ich jetzt nicht. Ich gonna kill you. I gonna kill... Die sind immer noch hot. Das... Das darf ich bei meinem Stuhl auch nicht machen, ey. Das ist auch so ein Meme geworden, dass man irgendwie zu so... Pokémon-Trainern irgendwelchen Karten irgendwie sagt, das ist hot, ne? Oder das macht irgendwie jeder gerade aktuell. Ja, dabei sind die in der Geschichte 13, 14 oder so. Bisschen, äh... Heißt der das wie ein Knossi? Ist das nicht der, der so ausgerastet ist im Stream irgendwie? Und jemand beleidigt hat auf, äh... In irgendeinem... Videochat oder so? Ist das ein Tri-Mix? Ja. Quatsch. Er meint, das ist so ein griechisches Restaurant oder so. Oh mein fucking Gott, wer ist das? Mann, ey. Hallo, äh... Nick, sag mal bitte eine Zahl zwischen eins und drei. Fünf. Ich würde echt gerne mit kleinen Kindern spielen. Äh, ne. Digga. Das sind die größten Glocken. Die sind größer als vom Notre-Dame. Manche feiern da solche Anime-Geschichten, ne? Ja, natürlich kaufe ich das. WTF. Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. Ich bin so heftig geworden einfach. In so wenigen Tagen... Äh, ne. Willst du noch einen Termin beim Bart? Ich kann ihm ein Strichmännchen mal, aber das kribbel... Das ist ein Bar-Bier. An der Bahn ein Bier? Oh man, ich werde dein Kinderzimmer verbrennen! Da... Bei dem Spruch gerade möchte ich echt mal gern Bartmann sehen, was ist ein Barbie, ey. Trommelwirbel? Achso, machst du ein Bolt gerade auf oder was? Das wäre Mario Kart Waffe im Bolt. Ui, GZ, GZ. Welche Stufe? 223er oder was? Ich kann dir jetzt ein Nacktbild schicken. Aber nicht von mir, von Trimax. Trimax. Mit Löchern unter dem T-Shirt oder was? Oh, 226, GZ. Wie heißt Übelkeit auf Deutsch? There's one! Nein, und ich werd schon... Nein, das ist doch so unlucky! Alter, meine Nachbarn würden so ausrasten, ey Gott. Das ist das beste Bild von Kevin hier unten. Oh Mann, ach man sieht's gar nicht. Ah ja, das soll man auch nicht, ne? Jo. Ein... 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 Unlustig, ey. Das ist immer das Beste am TeamSpeak oder am Discord. Wenn die Verbindung abraucht, ey. Weißt du mittlerweile schon, ob man Twix oder Du besser rauchen? Ne, ich hab... Ich werd's nicht testen. Also ich weiß so, dass man Twix rauchen kann. Was? 2 Punkte! Oh... Bist du live? Elgato ist aber echt empfindlich, ne? Meine Chick Nuggets! Oh Gott, ey. Und zwar, ich werd ab heute wieder straight up durchgrinden, was ähm, Diät plus Training angeht. Ja, Marcel, ich hab jetzt was eigentlich, bis ich alle 15 Minuten Brüste zeige und seitdem läuft's tatsächlich saugut. Oh, Digga, durch die Tür, ey. Ich muss sagen, genau deswegen spiel ich... Ich hab jetzt vor kurzem mal mit dem Biddy wieder geschrieben. Dem hab ich ja am Anfang, wo ich angefangen hab zu streamen, äh, CSGO gespielt. Äh, CSGO sag ich schon. Call of Duty. Warzone. Wir haben früher halt extrem exzessiv gespielt, so vor 5, 6 Jahren, äh, Neta und DayZ und CSGO. Und die zocken grad aktuell wieder auf CSGO. Ich bin überlegen, ob ich mitmache. Die spielen halt nachts. Das müssten wir echt halt tagsüber machen, weil dann kann ich auch mal... Weil Emotionen unterdrücken geht bei mir gar nicht, ne? Weil ich hab damals bei CSGO, ich mein, ich bin nicht so jemand, der irgendwas durch die Gegend schmeißt oder so, aber ich hab mindestens vier Tastaturen zuhauen, ne? Weil, äh, manche Situationen waren echt, äh... Ich hätt gern, ehrlich gesagt, wieder so ein Spiel, wo man ein bisschen ragen kann, wo man auch gegeneinander spielt, ne? Hätt ich mal wieder Bock drauf. Ich mein, WoW, PvP, jo, aber... Sowas wie Mario Kart wär halt schon geil, ne? Bin ich schon ein bisschen neidisch drum, dass ich keine Switch hab. Aber ich glaub, ich werd CSGO mit den Jungs wieder starten, ne? Definitiv. Hey, 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 hey! Nein! Das kannst du jetzt... Oh! Ich hab ein Blitz, ich hab ein Blitz, ich hab ein Blitz, ich hab ein Blitz! Was macht der? Das ist auch so ne Sache geworden. Mon hat damit, glaub ich, angefangen, so seinen, seinen Gaming-Stuhl zu boxen. Jetzt machen das gefühlt einfach alle. Alright, Freunde, könnt ihr mir einen Gefallen geben? Aber ist auf jeden Fall besser als der eine von vorhin, der einfach in seinen Bildschirm reingekloppt hat. Das ist schon heftig. Wo du sogar siehst, dass es einfach Wheel ist und nicht dieser eine Meme, wo der Typ durch den Bildschirmhaut und die Faust wieder hinten rauskommt. Also, das ist auch heftig. Also, das würde ich niemals machen, ne? Eine Tastatur oder eine Maus, jo, hab ich alles nochmal hier? Oder einfach so aufstehen und ausrasten, alles cool, rumschreien, etc. Man kennt's einfach von solchen Spielen, das ist auch... Ich hab das auch bei Brettspielen so, so ist nicht... Aber wirklich jetzt irgendwas kompletter Deppern, was du nachher bereust, würde ich jetzt niemals machen. Also, das ist schon übertrieben. Meiner Meinung nach. Jetzt, euer Monat, neues Glück. Das gibt an, wie gut der Monat wird. Nein, von mir aus dem Kilo, 10 These. Gestern hab ich 8. Geh weg, geh weg, geh weg, du Idiot! Ich hasse dich! Du fettes Kugelfischmaul! Du so eine Sau! Ich will doch nur Dino sein, Dino sein, Dino sein. Was? Das sieht aus wie ein Bär! Das hab ich auch nicht verstanden, das ist so ekelhaft, ne? Wie kann man eine Pizza so essen, ne? Äh, der Hixer. Digga. Oh, jo, jo, jo. Das spiel aber nicht mit der Dino, ne? Digga, bei ihm läuft, ey. Das ist der City-Map. Digga, 20.000 Follower. Bro, also ob das ein Influencer-Innen ist. Für 20k Follower bewegen hier mal einen linken Hodensack. Watch this! Abgehoben, ey. Oh! Romatra? Was hat er denn? Sonst siehst du doch nie was. Da sitzt du eigentlich immer im Dunkeln. Was ist denn da kaputt? Digga, der hat ja richtig Hintergrund, ist ja umgezogen. Wurde nicht mehr beim Mutti. Krass. Mit Licht sogar. Romatra, ey. Ich werde jetzt blinden, wenn ich jetzt treffe wär krass. Nice. Bye bye. Ooooooh. Antifa versus K-Doc. Oh scheiße. Hast du mich grade misgendert, du kleiner Hurensohn? Hallo, wie geht's dir auch? Ja, 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 ja. Ich grüße die Katholische. Nein, 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 nein. Düsseldorf, Altstadt. Letztens haben wir gewonnen. Zu den Nebengassen, wer Düsseldorf kennt. Wir gehen in eine neue Runde. Die nächsten drei Monate ist mir durch eine Wette der Zugang zum Nikotin untersagt. Ich brauche Tipps, um meiner Sucht zu widerstehen. Einfach nicht rauchen. Woher aus BMW kommst du? Geil. Er kommt aus Deutschland. Ich habe heute ganz solide einen richtig nicen BMW angefahren. Und holo. Let's go. Ich glaube, das ist so eine Streamerkrankheit. Ich habe mit meinem Finger mein Auge gestoppt. Manche sind einfach so durch. Ich denke, das ist auch, wenn du pro Tag irgendwie so acht, neun oder zehn Stunden streamst, das fünf, sechs Tage die Woche oder auch mal durchgehend, 14 Tage oder so. Ich glaube, das macht sich irgendwann Dulli in der Birne. Vor allem, wenn du das dann hauptberuflich machst und nichts anderes mehr machst. Nichts anderes siehst, außer halt, ich glaube, du drehst irgendwann durch und wirst halt so Dulli und beißt halt in dein Mikrofon rein. Das ist bei ihm aber safe so. Das ist aber bei ihm safe so. Aber sehr, sehr cooles Video.